Wir vom Medehaus testen heute neue vegane Produkte für auf dem Grill. Das eine ist die Nationalwurst, die wir haben, eine Bratwurst-Alternative und eine Bauerwurst. Die HIRKONA-Ersatz-Alternativprodukte haben wir eigentlich nicht schlecht geschmückt. Am besten war sicher die Schweizer Wurst- oder Nationalwurst-Ersatz. Die Brau war von der Konsistenz her sehr fein. Auch das Geschmack hat nach einem Servalat hermogen, aber das ist noch nicht das Gleiche. Das wollen sie sicher auch nicht. Und als Zweite hat es mir die Bratwurst mit Kräutelgeschmack drin ein bisschen besser geschmückt. Und der Bratwurst-Ersatz hat mir überhaupt nicht geschmückt. Aber als Fazit, als Alternativprodukt, finde ich es eine gelungene Sache. Es hat ausgelagert wie eine Wurst und zum Kauen ähnlich. Aber für mich definitiv keine Alternative zu einer richtigen Servalat oder einer Bratwurst. Ich habe es sehr interessant gefunden, um zu probieren, als Veggie. Also die eine Bauerwurst hat mir etwas sauerlich gedauert. Aber ich denke, das ist etwas Geschmackssache. Und die Nationalwurst hat auch etwas geschmückt wie eine Servalat. Und ich denke, als Alternative, wenn man mal kein Fleisch will auf dem Drill oder so, ist es sicher eine gute Sache. Das ist ein year, das ist ein Jahr. Und ich denke, das ist ein Jahr. Es wurde ein Jahr Zeit. Upload und ich denke, das ist ein Jahr. und ich denke, es wurde auch eine Unterricht von der Schule. Und das ist früher immer noch nie. Und das ist ein Jahr. nicht mehr. Daher wird es sever, Und ich bekomme. Aber wie war es das? Untertitelung des ZDF, 2020